Also Trumpf spielt für uns in jeglicher Hinsicht eine große Rolle als Kunde wie auch als Lieferant, also auf beiden Seiten. Und ja, in den letzten Jahren ist einfach die Partnerschaft immer weiter gewachsen. Und ich sage so, ich glaube, ich kaufe mir zu den Leser. Durch die Einführung von Pfad konnten wir Stillstände reduzieren und auch optimieren. Und wir wussten einfach, dass der Service und die Leistung von der Firma Trumpf absolut perfekt ist. Wir haben uns für Trumpf als Partner entschieden, weil wir denken, dass uns dort der Marktführer am weitesten nach vorne bringen kann, nicht nur eine Maschine zu liefern, sondern auch alle frankierenden Prozesse von der Programmierung über die ganze Prozessoptimierung und Auswertbarkeit von Produktionsdaten. Trumpf sind wir unabhängiger geworden, weil wir schneller Teile umsetzen und herstellen können. Und das hilft uns halt auch im Alltag sehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017